dann schauen wir mal ob wir es jetzt finden das soll irgendwo da im nordwesten richtung der höhle sein oben bei dem tower da irgendwo mal gucken ich habe das einfach mal nachgeschaut also schon in der letzten folge aber würde schon gerne die quest abschließen aber ewig länger um suchen habe ich momentan aber auch absolut keine lust um sich irgendwo in die richtung nein komplett falsche richtung man Oh, ich hasse diese Spielegegner. Zwei Schiss, ich war tot! Wir haben hier quasi einen Prozess. Ich habe hier einen Geist. Bis zum nächsten Mal. Oh, ich bin einfach. Und ich habe hier noch einen Ball. Ja, 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 ja. Alter, ein Schuss! Ich komm nicht mal ran! Oh Mann, ich komm ja nicht mal ansatzweise ran. Sind das die vielleicht? Da würde dann nicht sein Name da dran stehen? Tatsächlich geht einfach... Ne. Pfff! Amma la ma ha! Das ist so schweres. Da haben wir sie doch. Aber am Pullen, die so viel Zeugs hier. Das ist so schwer. 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 Woher man den Gegner gehört. Man hat den Gegner gehört, aber nicht komme durch die Tür durch, weil die Türe nicht aufgeht. Ich glaube nicht, dass es so sein sollte. Hmm. Ich muss ja da rein. Ah, kann ich sein, dass ich vielleicht erst bei den Höhen, Tiefen da irgendwas aktivieren muss? Da spielt hier die Battlemusik aber es passiert ja nichts. Ich muss ja da rein. Ich bin sehr froh, aber ich bin sehr froh. Das war's für heute. komisch weiß ich einmal dahin mal gucken was passiert ich kann schon aufbauen wooo ja 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 oh so eine granate macht die echt schon na der ist jetzt nicht so schwer und attack bonus down 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 dun 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 zack 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 bau 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 und das was das sie geht im untergrund der einsamen sande hä 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 Ich glaube, das hier war irgendwas ganz anderes. Na ja gut, dann beende ich jetzt mal an dieser Stelle die Folge und beende für heute auch meine Aufnahme Session. Ist doch ein paar Stunden gewesen, ich habe wieder für eine ganze Woche Folge aufgenommen, sollte jetzt erstmal reichen. Ich hoffe auf jeden Fall, sowohl das Let's Play bisher als auch den Livestream hat euch gefallen und ich hoffe wir sehen uns auch bei der nächsten Folge wieder. Bis dahin wünsche ich euch viel Spaß und haut rein. Ciao. Heeeh.